Hey, heute gibt es mal ein Video mit schnellem Tapping und langsamem Tapping und dafür habe ich mir fünf Gegenstände rausgesucht und ihr könnt dann nachher mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt, also schnelles Tapping oder langsames Tapping. Okay, fangen wir mal an. Zuerst das langsame. Und jetzt das schnelle Tapping. Das schnelle Tapping. Das schnelle Tapping. Das schnelle Tapping. Genau. Das schnelle Tapping. So, was hat euch besser gefallen? Langsam oder schnell. So, als nächstes so eine Creme. So, was hat euch das. So, was hat euch das? Schreien. Vielen Dank. Und jetzt ist ganz schön schnell. Vielen Dank. Was hat euch besser gefallen? Langsam oder schnell? So. Erstmal zumachen. Gut. Als nächstes habe ich hier so einen Locher, der ist schon uhr alt. Und auch hier erst wieder das langsame Tapping. Und don't worry. Untertitelung des ZDF, 2020 Und nun das Ganze in schnell. Und nun das Ganze in schnell. So, was hat euch hier besser gefallen? Langsam? Oder schnell? Gut, als nächstes habe ich hier so eine Plastik-Trinkflasche. Fangen wir wieder mit dem langsam an. Fangen wir wieder mit dem langsam an. Und nun das Ganze in schnell. Fangen wir wieder mit dem langsam an. So, auch hier wieder langsam. Oder schnell. Was hat euch besser gefallen? Würde mich echt mal interessieren. So, und als letztes habe ich noch so einen Kalender. Und hier fange ich auch wieder mit dem langsam an. Und hier fangen wir mit dem langsam an. Und jetzt schnell das Tapping. Und jetzt schnell das Tapping. So, und auch hier wieder, was hat euch besser gefallen? Langsam oder schnell. Okay, das war's dann auch schon. Und ja, bis zum nächsten Video. Okay. Okay.